Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Heute geht es um den BME 280 Sensor. Den werden wir über einen Note MCU anspeisen. Das Ganze wird dann über MQTT an unseren Raspberry Pi gesendet und das Ganze können wir dann mit unserem Note RAID verwalten. Wie das geht, wie immer, ganz einfach und jeder kann das. Hier sehen wir den Aufbau von unserem kleinen Projekt. Das ist der BME 280 Sensor. Er misst Temperatur, Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit. Auf der anderen Seite haben wir einen Note MCU, der einen ESP8266 Chip drauf hat. Den Schaltplan findet ihr wie immer auf der Edis Tech Lab Webseite. Hier seht ihr nochmal kurz aufgelistet, wo was angeschlossen werden muss. Wir haben Plus und Minus und die zwei anderen Kanäle sind für die Kommunikation zuständig. Nach dem Vertraten lassen wir mal so richtig rocken und hauen in die Tasten. Wer schnell schreiben kann, ist ganz klar im Vorteil. Und nach ein paar Minuten Programmierweig ist dieser wunderschöne Code entstanden. Und den sehen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Im oberen Teil von diesem Code befindet sich die Information zum Projekt und kurz darunter noch einmal, wie der Arduino angeschlossen wird. In diesem Teil werden die ganzen Libraries eingebunden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr euch in einem anderen Video, ihr seht oben im Infofeld den Link, ansehen. In diesem Teil gebt ihr eure Wi-Fi-SSID ein und das dazugehörige Passwort. Darunter die MQTT-Zugangsdaten. Wenn ihr mehr über MQTT erfahren wollt, ich verlinke euch das Video, wo ich alles ganz genau erkläre. Da MQTT über Topics kommuniziert, müssen wir die Topics festlegen. Das mache ich hier. Da ich aber noch nicht genau weiß, wo ich meinen ESP platzieren werde, habe ich ihn einfach mal ESP1 genannt und bin dann flexibel und kann ihn überall hinlegen, wo ich will. Hier definieren wir die Variablen. Als Datentyp nehmen wir Float. Um die Dauer des Videos nicht zu sprengen, gehe ich hier nicht ins Detail. Sollte es euch aber interessieren, welche Datentypen es gibt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Zum Auslesen von unserem BME280 verwenden wir den Datenbus I2C. Dann aktivieren wir noch unser Wi-Fi und unseren PubSAP-Client und schon geht es weiter zum Setup. Als erstes im Setup legen wir die Bautrate fest. Die Bautrate ist die Schrittgeschwindigkeit in der Nachrichtentechnik. Ein Baut ist die Geschwindigkeit, wenn ein Symbol pro Sekunde übertragen wird. Darunter verbinden wir uns mit unserem Wi-Fi und wir stellen auch eine Verbindung zu unserem MQTT-Server her. Und dann verbinden wir uns zu unserem BME-Sensor. Sollte die Verbindung schief gehen, geben wir eine Fehlermeldung aus. In der Loop-Funktion, ihr erinnert euch sicher, das ist der Code, der immer wieder von vorne durchläuft, wird ein Zähler erstellt. Der Zähler geht auf Millisekunden und wenn der Wert 2000 erreicht ist, dann rufen wir das GetValue auf. Was da genau passiert, das sehen wir ein bisschen später unten im Code. Diesen Bereich vom Code haben wir oben bei Setup schon aufgerufen mit Setup Wi-Fi und hier verbinden wir uns jetzt wirklich mit dem Wi-Fi Netzwerk. Diese Funktion vergleicht den alten Messwert mit dem neuen Messwert. Nur wenn es eine Differenz von den Messwerten gibt, wird sie an MQTT weitergesendet. In diesem Abschnitt vom Code lesen wir jetzt unseren BME-280 aus. Die Temperatur, den Druck und die Luftfeuchtigkeit speichern wir jeweils in die Variablen U, Press, Temp und Hume. Die ausgelesenen Variablen werden jetzt zur Funktion Checkbound gesendet. Wenn die Abweichung der beiden Werte größer als 1.0 ist, dann wird der neue Wert über MQTT an unseren Raspberry Pi gesendet. Zu guter Letzt hier noch die Funktion Recollect. Mit dieser Funktion wird sichergestellt, dass immer wieder so lange versucht wird zu verbinden, bis wir es endlich geschafft haben. Wenn wir uns dann endlich verbunden haben, dann senden wir an das Out-Topic, der ESP1 lebt. Das war es jetzt schon mit unserem Code, jetzt müssen wir nur noch auf unsere NodeMCU spielen. Dazu schließen wir den NodeMCU an USB an. Und drücken in unserer Arduino IDE auf Upload. Zuerst wird der Code kompiliert, das dauert ein wenig. Wenn beim Kompilieren keine Fehler aufgetreten sind, dann wird der Code an unseren NodeMCU gespielt. Das hat alles wunderbar geklappt und unser MCU sendet jetzt Daten an NodeRED. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch mit einem Raspberry Pi einen NodeRED Server aufsetzt, dann könnt ihr euch das Video ansehen, das ich euch in der Infobox und unten in der Beschreibung verlinke. Ich habe hier die drei Messwerte schon vorbereitet, aber machen wir eines gemeinsam. Wir ziehen uns das MQTT-Node von Inputs raus auf unsere Arbeitsfläche. Und von Output nehmen wir das Debug-Node. Danach verbinden wir die beiden Nodes. Mit einem Doppelklick auf das MQTT-Node öffnet sich die Einstellungen. Ganz oben sehen wir den Server, um den kümmern wir uns aber gleich. Darunter sehen wir das Topic. Da geben wir das Topic ein, das wir bei unserem Programm verwendet haben. Und dann vergeben wir noch einen Namen für unsere Node. Wir klicken auf den Bleistift bei Server, um in die Einstellungen zu kommen. Unter Server könnt ihr die IP-Adresse oder den Namen von euren Raspberry Pi eingeben. Falls ich keine fixe IP-Adresse für meinen Raspberry Pi zugewissen habe, verwende ich jeden Namen. Das war es schon mit den Grundeinstellungen und wir bestätigen alles mit Dumpf. Jetzt müssen wir noch die Topics für die Luftfeuchtigkeit und für den Druck angeben. Und dann sind wir auch schon fertig mit unseren Einstellungen. Um das Ganze zu starten, drücken wir jetzt den Button Deploy. Im Debug-Fenster sehen wir jetzt die Daten, die von unseren Raspberry Pi gesendet werden. Wir haben knapp 25 Grad und 43% Luftfeuchtigkeit. Der Luftdruck sollte so um die 1000 sein und wird hier ein wenig zu niedrig angezeigt. Um die Daten jetzt schön grafisch darstellen zu können, können wir bei Node-RED ein Dashboard installieren. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Geht rechts oben im Menü auf Manage Palette. Dort aktiviert ihr dann den Tab Install. Geht in das Suchfeld Dashboard ein. Dann drückt ihr den Install-Button beim Feld Node-RED Dashboard. Die Sicherheitswarnung bestätigen wir, indem wir auf Install drücken. Jetzt installiert sich das Dashboard und wenn alles fertig ist, bekommen wir eine Übersicht über alle Nodes, die zu unserer Palette hinzugefügt wurden. Wir können jetzt das Fenster mit Close schließen. Auf der linken Seite, wenn wir runterscrollen, finden wir unsere Nodes. Als erstes nehmen wir das Gouge-Node und setzen es auf unseren Arbeitsplatz. Dann verbinden wir das MQTT-Node mit unserem Gouge-Node. Bei den Einstellungen unter Group können wir angeben, wo sich unser Sensor befindet. Unter Tab haben wir eine übergeordnete Struktur, zum Beispiel Haus oder Garten. Hier können wir jetzt unseren Sensor zum Beispiel ins Wohnzimmer platzieren, unter dem Tab Home. Wir drücken Update und kommen wieder zurück zu unseren Haupteinstellungen. Bei Label geben wir Temperatur ein und bei Units geben wir Celsius ein. Bei Range können wir den Temperaturbereich angeben. Ich möchte, wenn es kalt ist, dass es mir blau anzeigt. Wenn die Temperatur im mittleren Bereich ist, soll es grün werden und wenn es zu warm wird, hätte ich es gerne rot. Bei Sector können wir festlegen, ab wann die Farbe wechseln soll. Von 0 bis 15 Grad ist es blau und von 30 Grad bis 40 rot. Zwischen 15 und 30 Grad soll es grün sein. Dann benennen wir das Ganze noch unter Temperatur, schließen es mit dann und gehen auf die Bleu. Dann klickt ihr bei Dashboard auf den kleinen Button und es öffnet sich eine neue Webseite mit unserem Temperaturanzeiger. Das könnt ihr jetzt wiederholen mit dem Luftdruck und mit der Luftfeuchtigkeit. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr jetzt drei Anzeigen von euren BME 280 Sensor in Node-Red. Wenn ihr Interesse an anderen Sensoren habt, schreibt mir es unten rein in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, liked es, ihr wischt schon was ihr zu tun habt. Vielen Dank fürs Zusehen, Edi von Edi's Tech Lab.